Bauarbeiten digitaler Kurs in Stuttgart. Es kommt zu Einschränkungen im Fern- und S-Bahnverkehr. Bis 29. Juli 2023. Wir bitten um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten. Gleis 6. Einfahrt RE 15. A Stuttgart über Stuttgart. Anfang 13.49 Uhr. Heute ohne Universal WC. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE 15. A Stuttgart über Glockingen. Abfahrt 30.49 Uhr. Heute ohne Gleis 6. Direkt gegenüber. Ich wiederhole. RE 15. A Stuttgart über Glockingen. Abfahrt 30.00 Uhr. Heute ohne Gleis 6. Direkt gegenüber. Bitte steigen Sie an. Vorsicht an den Schüren und bei der Abfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. E219 nach Klaas Hauptbahnhof über Münchenort. Abfahrt 13.02 Uhr von Gleis 5. Direkt gegenüber. F1 nach Birkheim über Glockingen. Abfahrt 13.02 Uhr von Gleis 8. S 18.00 Uhr nach Rostenaboten. Abfahrt 13.00 Uhr von Gleis 3.00 Uhr. F1 nach Herndach über Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrt 14.00 Uhr von Gleis 8.00 Uhr. Und die RE 6.00 Uhr nach Audendorf über Gleis 8.00 Uhr. Es geht an die Stadt von Gleis 8. Information zu EC 219 nach Graz Hauptbahnhof über München Ost. Abfahrt 14 Uhr 2, heute von Gleis 5. Ich wiederhole. EC 219 nach Graz Hauptbahnhof über München Ost. Abfahrt 14 Uhr 2, heute von Gleis 5. Information zu MEX 12 nach Tübingen Hauptbahnhof über Plochingen. Abfahrt 14 Uhr 2, fällt heute aus. Grund dafür ist ein kurzfristiger Personalausfall. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 8, Einfahrt S1 nach Kirchheim über Plochingen. Abfahrt 14 Uhr 12. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. Nächste 18 Uhr nach Rotterbord, die über Ludwigsburg. Abfahrt 14 Uhr 18 von Gleis 3. IRI 6 nach Audisdorf über Plochingen Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 23 von Gleis 8. Nächste 18 nach Schusslar Hauptbahnhof über Schusslarfahrt, Einstatt. Abfahrt 14 Uhr 38 von Gleis 3. RI 5 nach Friedrichshafen Stadt über Plochingen. Abfahrt 14 Uhr 49 von Gleis 5. Und ICE 118 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 52 von Gleis 3. Gleis 7, Einfahrt S1 nach Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 14 Uhr 18. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IRI 6 nach Audisdorf über Tübingen Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 23, heute von Gleis 2. Ich wiederhole. IRI 6 nach Audisdorf über Tübingen Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 23, heute von Gleis 2. Abfahrt 14 Uhr 23, heute von Gleis 3. Ihre nächsten Anschlüsse. F1 nach Kirchheim über Gleis 3. Abfahrt 14 Uhr 23, heute von Gleis 8. RI 118 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 52 von Gleis 3. F1 nach Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 14 Uhr 48, heute circa 5 Minuten später von Gleis 7. ICB 564 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchtal. Abfahrt 14 Uhr 54 von Gleis 2 direkt gegenüber. Und ICB 567 nach München Hauptbahnhof über Ulm Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 1 von Gleis 5. Gleis 3 Einfahrt 16 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Stuttgart Bad Kampstadt. Abfahrt 14 Uhr 38. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt IC 118 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 52. Vorsicht bei der Einfahrt. Die Information zu RE5 nach Stuttgart-Ausbahnhof über Stuttgart-Bad Cannstatt, Abfahrt 15 Uhr 11, heute circa 5 Minuten später. Die Information zu RE5 nach Stuttgart-Ausbahnhof über Stuttgart-Bad Cannstatt, Abfahrtsurschundlich 15 Uhr 11, heute ohne Rudi-Nasal-WC, Vorsicht bei der Einfahrt. Die Information zu RE5 nach Tübingen-Hauptbahnhof über Glockingen, Abfahrt 15 Uhr 35, heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist die Bereitstellung weiterer Wagen. Die Information zu RE5 nach Stuttgart-Ausbahnhof über Stuttgart-Bad Cannstatt, Abfahrt 15 Uhr 40, Vorsicht bei der Einfahrt. Die Information zu RE5 nach Tübingen-Hauptbahnhof über Stuttgart-Ausbahnhof über Stuttgart-Ausbahnhof, Abfahrt 15 Uhr 48 von Gleis 7, EC 114 nach Dortmund-Hauptbahnhof über Mannheim-Hauptbahnhof, Abfahrt 15 Uhr 50 von Gleis 3, EC 117 nach Klagenfurt-Hauptbahnhof über München-Hauptbahnhof, Abfahrt 16 Uhr 2 von Gleis 5, S1 nach Kirchheim über Gleis 8, EC 117 nach Köln-Hauptbahnhof über Stuttgart-Ausbahnhof, Abfahrt 15 Uhr 23 von Gleis 8, EC 117 nach Gleis 8, EC 117 nach Köln-Hauptbahnhof über Stuttgart-Ausbahnhof, Abfahrt 16 Uhr 20, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, Einfahrt S1 nach Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt in den Uhr 18. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IRE 6 nach Audendorf über Tübingen Hauptbahnhof mit IRE 6 nach Rottenburg über Tübingen Hauptbahnhof Abfahrt 16.23 Uhr heute von Gleis 2. Ich wiederhole IRE 6 nach Audendorf über Tübingen Hauptbahnhof mit IRE 6 nach Rottenburg über Tübingen Hauptbahnhof Abfahrt 16.23 Uhr heute von Gleis 2. Information zu IRE 6 nach Audendorf über Tübingen Hauptbahnhof Abfahrt 16.23 Uhr heute von Gleis 2. IRE 6 nach Audendorf über Tübingen Hauptbahnhof Abfahrt 16.23 Uhr heute von Gleis 2. IRE 6 nach Audendorf über Tübingen Hauptbahnhof Abfahrt 16.23 Uhr heute von Gleis 2.